Schatz geht doch gar nicht es ist gar nicht möglich so kurz davor hier oder ist die Explosion so gering das ist die vom Jet-Ski nicht haut das sind die Jet-Ski nicht mehr du müsstest so weghauen hier ja klar es kommen schon ganz schön viele nicht sozial warte tja George Michael was sagen sie dazu tja dazu kann ich einfach nichts sagen ich bin einfach nur sprachlos wie schwer ist das jetzt nur jetzt werden wir auch noch beschossen von so kleinen Wichskropellen wie willst du das eigentlich schaffen was meint ihr wer ihr eigentlich seid wie 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 einfach nur durch oder was einfach nur durch Rattern los auf geht schon versuchen wir das jetzt keine Möglichkeit auslassen super 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 die zerschießen sie ja schon für uns müssen einfach nur durchfahren super 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 kuck sei doch einfach ruhig fahren super super ach ja ach also ich hab keinen Bock mehr ey das ist ja echt scheiße hier boah wie das geht hier alles aber unser Plan hat richtig super funktioniert scheiß fest ja toll jetzt kommen wir noch so richtig hier die scheiß fässern noch mal weiter mehr runter so wir müssen uns hier quasi hochklitschen hochbacken so backe backe Kuchen der Bäcker hat gerufen ja und jetzt oh man das war knapp oh Flo scheiß auf die man die Strömung fiesisch stark das kannst du nicht schaffen so der zu blöd zum schießen so durch mich so die ja jetzt weil die Strömung fiesisch stark schützisch schützisch Hier werden wir natürlich jetzt wieder 10 Jahre noch länger wieder. Die Nudel. Hier müssen wir halt wahrscheinlich versuchen, die alle zu töten. Sehe ich genauso. Diesmal funktioniert unser Plan hier nicht. Genau, du gehst schön vorbei. Ja. Ja, aber. Super. So, dennoch ganz nah an ihm daran vorbeifahren. So, jetzt schieß mal den ab. So. Und jetzt kannst du dich ja da, wo du vorhin warst, da in dieser Bucht, da in dieser kleinen Ecke, kannst du dich ein bisschen hier verstecken. Und sie dann... Fick doch die Wand an. Ja, scheiß doch die Wand an. Wandbumsen. Ich besorg's dir, Wand, richtig hart. Ich würde mal sagen... Ja, okay, dann probiere ich's einfach mal. So, jetzt wie funktioniert denn diese Sache? Jetzt, ja, ich kann noch... Weniger. Alter. Alter. Geil, oder? Jo. Ja, mal... Wenn wir jetzt mal sehen könnte, hier mit Kamera, hier, wie ich spiele, dann würden sich echt mal viele hier sich den Arsch ablachen. Hier mit diesem Grundsch... Alter. Alter, wir hast uns da hoch geschafft. Tja. Alter. Fingerspitzengefühl. Ja, und die hab ich leider nicht. Oh, das ist gut. Wir haben es dann geschafft, damals durchzuspielen. Tja. Hat mir einfach viel zu viel Lack und Glück. Ja, und viele Versuche. Aber vielleicht schmuggelst du dich ja jetzt durch, wer weiß. Naja, ich pack mich hier ein bisschen durch, hier irgendwie werde ich schon schaffen. Ja. Genau. Hab ja... Ich wollte gerade sagen, ich hab langsam den Dreh raus, aber... Ja, und dann kommt schon ein blödes Fass. Gib mir dir halt nochmal zwei Versuche und dann machen wir eine Aufnahmepause, wenn's dann nicht klappt. Jo. Das dürfte dann erst mal reichen. Aber du hast dich ja dann, wie gesagt, wacker geschlagen, hier. Ja, dankeschön, 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 dankeschön. Das ist es überhaupt versucht, hasch und den Controller jetzt auch angenommen, hasch. Und nicht einfach gesagt, hasch, ne, mach ich nicht. Man weiß ja nie... Oh, die Fässer so schleichen sie sich so hin. Oh, 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 puh. Das war knapp. Puh. Böse, böse. Böse, böse. Böse, böse. Böse, böse. zum ersten mal gesehen wo ist alter wenn da ist man fast gekommen die strömung ist ja am stärksten so sieht das gerade witzig aus aber gut ja hier ist so ein bisschen perfekte kann ein bisschen ein bisschen chillen hier sagt man mal hier ein bisschen runter aufladen ja ja hier kommt ein chill aber die steuerung erfasst uns auch schon wieder gleich das ist also glück kommen hier gerade bis zur bursche bursche war sticht den versteckt ja die sind irgendwo da oben überall hier kann man sich doch versteckt so einmal dann geschützt hinter den felsen da ich bin lieber mal wieder und ah man ist ja so ein scheiß man man sieht die einfach nicht wo sie sich verstecken diese penner dann muss man sich auf die konzentrieren man muss sich auf die strömung konzentrieren und auch die fässer drei sachen auf einmal das ist zu hart viel zu viel ja obwohl die fässer kommen da oben nicht mehr so häufig das ist ja ja schon ein bisschen fies gott und wir werden wir da in der aufnahme session in der nächsten aufnahme session mehr glück haben ja vielleicht schaffen wir es ja noch what the fuck was war das gerade kommt können sie schon mit dem raketenwerfer hier irgendwie bis da nach hinten schießen war da war da hin und ausatmen nachdem habe ich gemeint super tja oh mann oh man ach da oben ist auch noch eine genau wieder ein bisschen gas geben so ja ich versuche mir jetzt immer ein bisschen so ja da muss man immer ein bisschen gas geben dass man hier in der schussfläche ist dann ist das sehr schön da ist da ist jetzt oben ein ja irgendwo ich muss mal wieder eine gerade bahn kommen wo es ruhig ist erstmal hier das schätzchen wieder stabilisieren allein schon vom zusehen tut es weh wie es aussieht ey fühlt man voll mit hier der gegenströmung jaja komm sehr schön da macht da ein paar wo ich doch vom sprungbrett hier so wo ich der nächste ganz dahin da da ist der ich glaube wenn du dich drehen lassen kann wir haben glück hier ist die strömung nicht so stark jetzt müssten sie tot sein ja super durch hoffentlich hoffentlich ja hoffen muss mal aber ich denke mal nicht ja guck hier wird es ruhig auch bitte ja geil oh ja geschafft 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 oder auch nicht oder doch komm komm ja ja super super duper wir haben es geschafft das ist doch mal was eine super fahrzeug alles kapitel 13 zuflucht fragezeichen zum kloster und sehen nach was los ist jetzt gehen wir mal zum kloster zum kloster lecker und achtung ne wir können jederzeit hier wieder was wieseln ah war das wie im kräume eintreten oder aber super ups sorry du es geht los karbeng schön auf den kopf zielen jetzt das ist einfach zu dämlich joa viel zu dämlich immer können nix ja keine Muni dann muss der Nahkampf ran und die Klöten Aura oh 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 so wer will noch dran wer will noch dran wer will wer will kommt er kommt er kommt er will wer will wer hat Muni zu ja verdammt richtig das ist das Kloster oder was ne echt weiss ich nicht sieht man nicht so aus nach Kloster die können sich halt nicht so gut die Kloster naja machen wir ja schön alles kaputt genau boah das strengt er sich aber an richtig steil geht es dann auf boah naja merkt man ja wirklich hier so jetzt wird es langsam aber haben wir es wohl geschafft oder rennen sie nicht so Eddies Jungs könnten überall sein super ach quatsch die Typen haben wir doch lange abgehängt oh oh mein gott ok ach ne jetzt kommen die scheiß Fallen wieder ja hätt ich doch bloß meine Kamera ne also die Spanier haben Fallen gebaut um ihr Gold zu schützen das waren sicher nicht die Spanier sieh dir mal die Spieße an unglaublich vollkommen irre das ist von unserem Flugzeug wie das ergibt doch überhaupt keinen Sinn wer stellt solche Fallen auf wenn die eigenen Leute überall auf der Insel sind niemand etwas war hier seit die Falle zuschlug etwas oder jemand Halt glaubst du etwa hörst du das was denn nichts absolut nichts wir werden beobachtet beobachtet weißt du was ich glaube ich habe mich geirrt wir sollten wir sollten lieber abhauen sonst sehen wir nachher genauso aus wie der arme Kerl da ok naja wie die Augen so nach oben schön naja wollte ja nur keine Angst machen weil er weiß doch dass hier irgendwas lauert auf uns aber da ist das Kloster aber das ist hier ja gut bewacht mit richtig gepanzerten Typen rollen um den Lasern auszuweichen ach ne geil 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 heftig 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 ja genau wow und wie die ausweichen können heftig dessen Kaliber ach Leute bewegt euch doch nicht so oh nein komm komm vorsicht jetzt soll ich mal in Deckung bleiben hier sie ist ja auch noch da sie kann mir ein bisschen ein bisschen ein ganz 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 bisschen helfen ja wie ja ein ganzes Magazin ja und erlebt immer noch und immer noch und immer noch aber jetzt ist er kaputt fast zwei Magazin hat er gebraucht bis er stirbt nicht schlecht Roman und Navarro können nicht weit sein wenn ihre Hescher hier beim Tor sind dann haben wir die M4 oder keine Ahnung viel viel mehr AK Munition ja aber die M4 sind halt besser halt irgendwie aber die sind halt viel zu viele wieder hier unterwegs ja ein bisschen es macht die Sache schon interessanter ach Göttchen ich höre die Bibliothek sicher lass sie nicht zu Sullivan ja der alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen ich trau diesen Typen nicht echt? ach und schon wissen sie wo wir sind tanz 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 so abrollen abrollen sowas brauch ich nicht genau ja natürlich raffens sofort ja kapieren sofort dass ich hier bin ich mich schon naja ist halt so ein monat nicht duschen nur einmal im monat hier da riecht man schon ein bisschen streng wer muss man einfach mal so sagt mir erst einmal an weihnachten hier mal waschen hier besonderen anlässen nur dann ansonsten kommt es gar nicht in die tüte hier gar nicht so runter und abrolle dann den eine erledige am besten den mit der snipper aber die haben beide rotpunkt bisher sehr schön auch geil scheiße ok jetzt kopf hat ja jetzt sitzen wir wo wo sie ungeschützt sind unten im schritt der schock hat sich gepanzerten typen die braun doch egal geile idee immer in die eier schießen weil sie dann eben nicht zerplatzen also merkt euch immer auf die eier dann gewinnt ihr immer denn sie haben keine eier aus stahl ich weiß auch ich habe auch die viele sind viel zu viele springt mal wieder alles in die luft und es wird wohl nie aufhören in diesem spiel es gibt nie ein ende ein endlos lp quatsch ja aber uns wahrscheinlich schon euer doch da oben bist du da oben sagt doch gleich auch noch lauern diese blöde blöde elende säge das ist ja richtig hinterhältig mit was die für tricks hier arbeiten da oben naja wenn er so einfach macht und halt lauert ok der zur fälle noch abgesehen echt mann wer weiß denn das er hat das klicken gehört aber sie haben mich getroffen und da wird man mal sagen jetzt können wir uns mal aufnahme pause ja ein kleines peusel müssen wir uns auch mal wieder können ich würde mal sagen ja dann verabschieden uns mal wieder mit diesem let's play to get out und chartet schritt schicksal mit florian und martin den ultimativen mp und nochmal danke für 113 abonnenten bis jetzt ihr seid super macht weil es euch gefällt dann abonniert weiter so wenn ich dann nicht doppelt abonnieren wenn ihr schon abonniert hat habt naja könnt ihr euch ja noch aber doppelaccounts machen und das auch abonnieren aber ein daumen ein däumle ist gern gesehen das grüne däumelinchen hier damit damit zeigt ihr uns dass es euch gefällt genau und es pusht uns das glaubt ihr gar nicht wie sehr es einen positiv aufbaut also und mit diesen Worten beenden wir das LP bis zum nächsten mal bei uncharted oder irgendeinem andern projektes